hallo ich bin der mann mit der binde und entzündung und es ist arschkalt und da ist der smoker und unsere beute die hat übrigens so eine kiste fallen gelassen hier mit dem schraubenschlüssel drauf ist so hoch bis jetzt noch nix aber sie schaut zu das ist gut so wie viel versuche wir jetzt hier brauchen könnte aber eine entspannte felsenkletterrunde werden das wird keine entspannte felsenkletterrunde astromophil hoffnung ich bin ich hierher gekommen ich habe immer zu dir rüber geholt ja nicht zu dir warum gleich der wind der wind das himmlische kind schubst du bist ein guter mensch du hast getan was du konntest habe ich nicht ich habe aufgegeben hier muss es sein aber wie zum geier sollen wir die rosetta finden sie muss da oben irgendwo ein labor haben wir sollten nach einem büro suchen nach akten irgendwas mit ihrem namen darauf damit kommen wir zum eingang bevor man die leider hoch gehen wird kann in das gebäude laufen mit der salbahn scheint aber auch keine gute idee zu sein scheißen trick immer haut und spade weg das ist da oben gebrochen und du wirst da ist ein weg am boden ich schicke ihnen die auf deine weg wir treffen uns an der einrichtung jetzt ist er weg ist mir egal warum kriegt die den einfachen weg wir sind ja zumindest nicht ganz hinten wir sind ja schon mal positiv ich höre schon wieder was ja und ich habe keinen zurobert viele suchen aber jetzt wird inzwischen haben wir schön was wir laufen in die falsche richtung aber hier ist lud wir sind wir sind wir sind wir sind richtig ja 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 hab ich wo ist das hat ich bin ja guck mal marka ja wir auch hier sind überall welche alter was hier sind überall warum dass wir doch nicht abflücken ist echt alles kommt noch oder sie sind in der kreis ähm der hat seinen kopf verloren ja das ist ziemlich kopflos isaac macht dies isaac macht das isaac riskiert dein leben wie heißt isaac tschülmer leg mich flach sieht aus als hätte dann ich zwei zum sammeln gehabt finden wenn sie seit 200 jahren tot ist moment da rosetta labor es ist hier perfekt schickt mir die koordinaten und hoffen wir dass wir diesen kodex bauen können bevor dann ich uns findet aber dann vorher finden ja bin ich mir sicher willst du mal hacken ach dieses hacken ist es wir haben uns übersehen 1 ja haben wir wieso ein suchergewehr cool cool mir erstaunt dass es hier noch alles so gut funktioniert äh hast du das gesehen ich hasse spinnen da mal hä wo kommt der her alter was haut doch ab hier in hier in kein wort sagen wäre standardrahmen hat ihnen zwei sucher posten zurückgekehrt jawohl so moment erst mal hier an der legionärsanzug wurde freigeschalten der sieht der sieht geil aus diese ausrangierte massige panzerung wurde im 23 jahrhundert von sc af soldaten getragen und ist bei sammlern wie historikern heiß begehrt die jahre stehlen vorhanden in er hat mit dem rei vor allem mit dort hat was du solltest dich immer noch heilen kommt noch ich will mein anzug verbessern die update nimmst du mit ja ich will den trotzdem verbessern ich habe schon alle upgrades bei dem letzten fehlte bei der panzerung noch hinten was das komisch staße brauche ich nie chinesen wohl staße vielleicht die schlechter bewegte einen fetten arsch von der station verdammte scheiße was löst mit dir so ungeduldig erst mal noch an der werkbank so leute jetzt gibt es einen neuen anzug in rot denke ich mal wieder ich denke immer man wird irgendwie zersägt und einfach neu zusammengesetzt du hast eine blühende fantasie ich weiß jetzt sehe ich wieder aus wie ein verfickter marine so stars ist jetzt bei mir völlig ausgeskillt der chillt nur an der bank oh flammenwerfer kann ich basteln ob der was bringt pitch black einschüchterer der klingt cool aber da mangels an halbleitern wir werden hier eine menge von diesen schlüsselkorten benötigen ja du weißt dass du den knopf nur drücken muss ähm äh ich bin nicht mehr so groß gekommen dann hätte der gleich spaß gehabt erinnerst du dich noch an die anfangsstation mhm wagen an diesen runden gang ja das sieht mir aus wie eine kopie und bisschen verändert ja kannst du recht haben echt nichts das ist echt laut dekontamination wird eingeleitet medisch die halbe ist die ollie hier reingekommen das ist das das labor endlich und das ist die montagestation laut der steuerung wir sollen kodex zusammensetzen klingt logisch ähm nein laut aufzeichnungen sind wir hier um rosetta zusammenzusetzen das zieht aus wie alien teile geschnitten oh mein gott was für ein scheiß tag die haben sie zerschnitten warum das wird wohl schon seinen grund haben aber es sind schon ein paar stücke in der montageeinheit ich glaube da vorne ist noch eins ob wir hier alle treppen kaputt sind das ist immer so nervig weil die herren zu fein sind mal ihr fuß ein stück zu heben ja auch noch hier müsste ein behältnis sein das mit dem katalog system des labors verbunden ist ja da drüben ok mal sehen ob ich es reinbekommen da drüben ok mal sehen ob ich das zur montagestation schicken kann moment ja ja so laut unterlagen gibt es noch vier weitere stücke diese wurden von dr serrano aus der liste ausgetragen die einrichtung hat drei gebäude wenn es noch weitere stücke gibt sind sie in einem davon na klasse oder in allen na was denn nun entscheid ich mal die ich nicht bekommen habe waren die meisten türen versperrt tja dann ist heute dein glückstag sieh mal was ich gefunden habe einen sicherheitspass das nennt so glückstag warum nicht was nein wir sind am folgen ende super danke finde alles darüber heraus wie man durch das zusammensetzen von rosetta einen kodex herstellt ich sehe mich in den laboren und sammle den rest von rosetta ein naja die rosetta ja dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen unternehmen wir uns in der nächsten Folge vor allem let's play dead space 3 lasst ein abo da und ein like und irgendwas anderes ob das irgendwas da außer scheiße die mag ich nicht tschüss 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 tschüss